Ein Boot, das ist nicht besetzt. Hier könnte man schön leben, ne? Man müsste sich ja nicht Pipel kriegen, ne? Sieht schick aus hier. Oh, guck dir da hinten mal das alles an. Alter Schweige! Ja? Ja. Da, da, er fällt! Boah, der ist saugeil. Oha? Aminidra? Oha? Wieso, was hab ich? Oha? Oh, hier regnet's. Oh, es ist ein schöner Himmel. Ah! Hoppst du wohl da weg, hier ist ein Gegner. Oh, sieh mich! Renn, 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 renn! Ich hab Träsen, wo bin ich geworden? Ah, ah! Da ist ein Helikopter. Ja, geil! Aber jetzt können ein Panzer kommen, das heißt, wir leben nicht sonderlich lang. Oh, da sind Nachrichten. Wir müssen hier raus, wir müssen raus. Wo? Aussteigen. Wie steig ich aus? Mit E. Mit E? Mit E steigst du ein und aus. Obwohl, da hinten ist wirklich ein Panzer, also der könnte... Da ist ein Yellow-Kitty-Panzer. Ja, das ist, weil ich den gefahren bin. Wieso schießen die und was schießen die denn da? Ja, da in der Tür stehen sie. Ah! Oh! Du kannst... Was du machen kannst, guck mal, da ist zum Beispiel... Achtung, Granate! Wo, wo? Du bist angeschlagen. Was? Ich hab... Musste irgendwo ein Live haben, ich seh mein Live nicht. Sicher! Und in der Ecke siehst du... Ja, dein Live an sich siehst du nicht, das spürst du eigentlich. Das spür ich schon, aber es ist okay. Wenn ich tof bin, dann spür ich das. Wenn der Wildschirm so rötlich mit Blut ist, das ist nicht gut. Okay. Und versuch nur, nicht die Tür zu kommen. Geh mit dem Kopf da weg, das ist gefährlich. Das spür ich. Lass mal da vorne am Rand. Warum gehen wir da jetzt nicht alle gesammelt durch? Das geht nicht. Wir können auch nicht viel weiter. Oh, jetzt bist du schon... Oh, die kommen von oben. Von hinten, hinter dir. Hinter dir, hinter dir, die kommen. Okay, okay, okay. Die kommen von der Treppe. Au, jetzt bin ich tot. Ey, wie hat er denn das gemacht? Ja, die haben unten, die haben die E-Flagge geholt und sind unten durchgestürmt. Säcke. Du kannst hier dich an der Treppe hinstellen. An der Treppe. Ich bin um die Ecke. Ja. Und wahrscheinlich sterben. Wahrscheinlich sterben? Was? Ich hab direkt eine Granate gefressen gekriegt. Und jetzt? Und jetzt? Das ist schon mal ein Midi-Pack. Die Gegner kommen von da vorne, wo diese Tür ist. Oh. Wo unsere gerade reinstürmen. Nein, nee, das ist so. Achso, okay. Dem passiert nichts. Ich hab extra keinen Hardcore-Servergenehmen, sonst hättest du die jetzt abgeknackt. Echt? Scheiße. Ja, das geht. Oh, ich schneide hier hinter, wa? Immer. Punkte. Okay. Müsste stehen Heilungen 20, 20, 20, 20. Ich hab bis jetzt noch keinen umgeschossen hier. Wo kommen die denn? Wo bleiben die denn? Also da an der Tür. Oh, guck mal, der ist voll gerutscht. Ey, du glaubst, hätten wir hier fliegen können, dass du da warst. Oh, okay. Da unten die Granaten in die Wand. Kommt die zurück, passiert ja eigentlich nicht so viel bei dir. Aber du lebst noch, ja? Ja, ja, ich lebe noch. Die, die haben ja hier hässlige Schirme. Ja. Die sehen ja hässlich aus. Magst du keinen rot? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Wo ist der Hello Kitty Panzer? Ah, da. Hallo. Okay, bin drin. Nee, bin ich nicht. Ja, du bist dann an dem... Ich seh aber nix hier. Und wie schieße ich jetzt mit dem Ding? Also der hat einen gekriegt. Einfach auf ihn zielen und schießen. Das ist gar nicht so einfach. Ich hab ihn, ich hab ihn da hinten. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Alter. Drecken uns sonst. Ist er das? Ist er das? Ja. Wieso nicht? Da läuft einer, da läuft einer, da kommt einer. Boah, der ist Heli. Wo, wo, wo? Boah, das war ein Helikopter. Der macht uns platt. Oh, der ist mir hier weg. Normalerweise fährt man den als Pionier. Dann kann man den reparieren zwischendurch. Die sind hier bei D irgendwo. Okay, 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 okay. Wir sind jetzt aber rechts gegen es. Wahrscheinlich rechts. Aber diese, diese viereckigen roten Dinger, das sind unsere Gegner, ne? Das ist ja schon richtig, ne? Das sind die Flaggen. A, B, C. Ach, das sind die Flaggen. Ja. Ach so, das sind Flaggen. Ich hau immer auf die und das sind Flaggen. Ach so. Die Gegner sind entweder die, die Panzer, die uns entgegenkommen oder die Helikopter oder diese kleinstinkenden Soldaten, die uns mit C4 jetzt sprengen wollen. Ach so. Da hinten, das ist aber ein Gegner jetzt, da hinten. Ja, da hinten ist gut. Was weiß ich, was da hinten ist. Ihr siehst ja nichts in dem doben Schnee. Warum haben wir das? Weil das so hell ist. Ja. Kannst vergessen von hier im Moment. Okay. Die Hände, ich... Von oben kommt einer. Wo siehst du das so schnell? Ah! Ja, die sind hinter uns, die sind vor uns, die sind überall. Alter! Die sind noch bei B. Ich hab die noch nicht mehr gesehen! Ja, der wusste ja, wo wir sind. Hm. Man muss ja dann sagen, Richtung E zwei Mann oder... Ach so, ach so, okay. ...dass ich weiß, wo ich hingucken muss. Ach so, so richtig so Code-Wörter, ja, so. Ja, das ist ja eigentlich Alpha, ne, Delta. Okay. Gamma. Oh, da ist eine Katze, oben auf dem Bildschirm. Was denn? Das ist... Guck mal, Katzenfutter-Werbung. Oh, die siehst du wieder als erstes. So geil. Das ist übrigens die Küche-Kantine. Also die Küche ist hier an der Seite, aber wenn man hier reinschießt... Warum will man denn hier was essen, wenn man hier gerade am Ballern ist? Das ist die Gefängniskantine. Wir sind in einem Gefängnistrakt. Warum sind wir denn in einem Gefängnistrakt? Weil wir geplündert, gemordet und gebrannt schatzt haben oder so ähnlich. Diese kommen hier nicht drüber, ey. Ich komm immer hier drüber. Ich will auch überhüpfen. Das ist auch gut so, weil wenn der durchläuft, piepst es. Dann wissen die, dass man hier kommt. Ah, ne, siehst du mal. Das war instinktiv. Bin ich drüber gesprungen. Bist du jetzt unten oder oben lang? Nein, ich bin hier oben. Ah, okay. Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichen Panzer und endlich deine aktuelle Position. Ihr könnt jetzt auch auf dem Deck sein. Oh, da war was, was er... Oh, wo, 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 wo? Aber voraus... Oh, den Heli. Dacht er doch. Hab ihn! Wo, wo, wo? Ich hab ihn! Wo ist denn Heli? Oma? Der ist schon weg. Den hab ich. Ach, Mensch. Das war ein Zufall. Ich hab mich einfach erschraubt. Okay. Oh, ein Heli. Ja. Ey, ich hab, glaub ich... Wann hab ich denn mal ein Heli mit dem Tank abgeschossen? Das ist ja ewig her. Oh. Der ist ja in einem Wasser. Im Wasser? Du siehst. Ist markiert. Und hier unten kommt gleich einer. Die laufen unten lang hier an der Treppe. Den hab ich. Vielleicht hätte ich ihn ja auch, wer weiß. Ja, der steht, aber das ist... Oh, da, 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 da ist er. Da hinter dem Ding. Ha! Voll erwischt. Aber hinter uns sind noch mehr, deswegen. Ich hau mal eben ab. Ich lauf jetzt am Bock. Okay, ich lauf den Ding. Super. Oh, Gott. Das ist der verdammte Heli. Willst du den Heli jetzt da in Flammen machen, oder was? Oh, eigentlich wollte ich den Tank holen, der uns geholt hat. Der ist jetzt bei der... Bei der B-Flagge. Mhm. Ich geb dir Rückendeckung. Mhm. Ja, sagt man das nicht so? Ja, sagt man. Und eigentlich müsste man jetzt unter der Brücke durchlaufen, aber ich bin ein bisschen doof. Also der Panzer steht da, siehst du? Der ist markiert. Aha. Das heißt markiert, den wird gleich einer nehmen, oder was? Dass er jetzt schon mal eine Rakete geschluckt hat. Ach so. Ja, ich weiß dann, wo er ist, wie er sich bewegt. Noch einer da? Zack, da liegt er. Der ist in die Luft geflogen. Oh, oh. Ist hier noch mehr? Sind wir noch hinter mir? Ja, ja. Gib dir Rückendeckung. Waaah! Scheiße! Scheiße! Hau ab, renn! Gut, schnell, renn! Ja, 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 gut, 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 gut. Hilf dir, hilf dir selber. Was denn jetzt? Was ist denn passiert? Ich renne da unten rein, das kommt mit dem Panzer entgegen, aber wirklich direkt. Direkt bei mir. Ich denke, mich an mir, du blöde Sau. Rot ist weg. Ich weiß noch nicht, warum. Ich habe ihn nicht gekillt. Oh, ja, 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 ich sehe ihn. Keine Chance gehabt. Oh, renn. Du hast auch ein normales Gewehr. Die 320 ist sehr langsam. Ja, ich habe es gemerkt. Guck mal, wie der Hüpf der Dreck sagt. Ich habe es ja alles kaputt gemacht. Ich höre doch schon wieder. Ach, der ist unser da oben. Oh, wie markiert es? Wie sehe ich das? Ja, zum Beispiel, da vorne ist einer. Der ist jetzt natürlich weg. Naja, da kommt einer vor mir. Was? Wo, wo, wo? Der ist jetzt markiert. Der ist jetzt markiert. Oh, das ist ein Wichsviech. Ja, der ist doppelt besetzt am Geschütz und am Rohr. Boah. Jetzt denkst du aber pervers. Nein, ich denk nie pervers in deiner Gegenwart. Das mach ich doch, um das zu wollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.